Hi, heute wollen wir uns mal die Kopfhörer von Monster angucken, die Clarity 101. Und erstmal kurz vorweg, was sind sie, was sind sie nicht? Sie sind solide Bluetooth-Kopfhörer mit gutem Klang und ordentlicher Verarbeitung. Was sind sie nicht? Kein besonders gutes Headset. Es mag jetzt an meinem Telefon liegen oder es mag an den Kopfhörern liegen, die ich hier bekommen habe. Vielleicht sind die nicht ganz super, aber mein Headset ist wirklich keine Freude zu benutzen, das Mikrofon in diesen Kopfhörern. Kommen wir aber jetzt spezifischer zu den einzelnen Funktionen und was ich davon erwarte. Also, erstmal die Verpackung. Wenn ihr die aufmacht, was habt ihr drin? Ihr habt diese Röhre drin zum Laden eurer Kopfhörer. Hier sind die beiden Kopfhörer. Hier unten ist eine kleine Box mit Micro-USB-C-Kabel, ein relativ dünnes und kleines USB-Typ-C-Kabel, welches wir hier haben. Ich habe das jetzt noch nicht benutzt, ich habe ein anderes benutzt. Und weiter haben wir noch Ohrpolster da drin, ein kleines Set und ein größeres Set. Ich benutze die mittleren, die standardmäßig auf den Ohrhörern drauf waren. Die haben mir wunderbar gepasst als relativ großer Mann mit durchschnittlichen Ohren, würde ich sagen. Und die anderen, die ganz kleinen, sind vermutlich für Kinder oder für einfach halt kleinere Menschen gut geeignet. Und die größeren, ältere Menschen, weiß ich nicht, wechselohrtunnen auch, für Leute mit großen Ohren. Hier noch die kurze Anleitung für die Bedienung. Da kommen wir später darauf zurück, wie das Ganze funktioniert. Ja, und das war es eigentlich schon mit der Verpackung. Das finde ich immer relativ uninteressant, aber viele Leute mögen das ja gerne. Tun wir die also weg. Gut, was haben wir weiter da drin? Wir haben die Röhre mit den Kopfhörern. Da haben wir den USB-Typ-C Ladeanschluss. Und da drunter, oder da drüber, das ist rund, das muss man sehen, wie man will, ist mit vier LEDs die Ladestandsanzeige für diese Lade-Cradle. Das Stück hier ist aus Aluminium gefertigt. Dieses und dieses ist aus Kunststoff, aber durchaus robustem Kunststoff. Also da braucht man keine Angst haben, dass das kaputt geht. Wenn man hier einfach dreht, geht das auf. Das sieht schick aus, fühlt sich gut an und es klackt so ein bisschen ein. Das ist nett. Die Kopfhörer können blau aufleuchten. Was macht das? Na gut, es leuchtet blau, aber es zeigt euch auch den Zustand der Kopfhörer an. Das heißt, sind diese gerade im Pairing-Modus oder erwarten sie irgendwelche anderen Eingaben von euch? Nimmt man sie aus der Hülle und wartet einfach ein paar Sekunden, begeben sie sich automatisch in den Pairing-Modus und lassen sich mit euren Bluetooth-Geräten verbinden. Das klappt wirklich einwandfrei und schnell. Sie funktionieren sowohl als Mono als auch als Stereo mit beiden Kopfhörern, wenn ihr zum Beispiel nur mal einen benutzen wollt. Der Klang von den Kopfhörern ist wirklich gut. Kommen wir aber nochmal kurz zu dem Design der Kopfhörer selbst. Ich werde euch sicherlich ein paar kleinere Detailaufnahmen einblenden. Aber ihr seht, sie sind relativ wirklich rund geformt. Und da spielt schon Musik ab, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gehört. Sie sind relativ rund geformt, fast Knopfzellen-mäßig. Es ist aber keine Knopfzelle drin, die ihr wechseln müsst oder so, nein. Geladen werden sie über die beiden Pogo-Pins hier in der Ladehülle. Aber sie passen dadurch relativ gut ins Ohr, lassen sich verdrehen und bieten etwas extra Halt durch diesen Silikon-Ladebügel. Sie sitzen angenehm im Ohr und produzieren wirklich einen schönen Sound. So, jetzt sind wir zurück. Der Bass von den Dingern ist wirklich da. Er ist ein bisschen hervorgehoben und wirklich stärker, als es das bei analytischen Kopfhörern wäre. Er ist aber nicht irgendwie schlammig verschliert und undefiniert. Nö, er ist wirklich da, kann knackig sein. Und würde ich sagen, den meisten Leuten wird diese Abstimmung von dem Bass sehr gut gefallen, da viele Leute ja gerne etwas mehr Bass haben. Und da zähle ich mich sogar auch zu. Die Mitten sind unereignisreich. Sie sind da, sie sind nicht hervorgehoben, sie sind nicht unterdrückt, sie sind einfach genau so, wie sie sein sollen, aber sie sind klar und sie definieren die Stimmen und Instrumente gut auseinander. Die Höhen sind ein bisschen zurückgenommen. Für meinen Geschmack vielleicht schon ein bisschen viel. Ich mag gerne den Klang von analytischeren Kopfhörern, aber nichtsdestotrotz für das, was diese Kopfhörer sind, nämlich eine Lösung, um kabellos On-the-Go-Musik, Podcasts und Hörbücher zu hören, ist das eigentlich fast eine gute Sache, weil ihr diesen analytischen Klang, die scharfen Höhen, vielleicht gar nicht haben wollt, weil die auf Dauer anstrengend beim Hören wirken können, fast ein bisschen scharf und eure Ohren wehtun. Das passiert euch hier nicht. Die Lautstärke schwankt ein wenig, je nachdem, welches Gerät ihr verwendet. Bei iOS gehen sie deutlich lauter. Android hat ja bekanntlich hier und da ein paar Macken, inwieweit sich die Lautstärke der Bluetooth-Kopfhörern und HZs voll aufdrehen lässt, wo man vielleicht ein bisschen basteln muss, aber auch mit der Standard-Lautstärke, die euer Android-System diesen vielleicht entlockt, sind die wunderbar und eigentlich wirklich laut genug. Weil es ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, darauf ein bisschen Acht zu geben, das hat vielleicht Google mit Android auch versucht, hier ein bisschen Lautstärke wegzunehmen. So sind sie auch für Kinder gut geeignet, die werden sich damit nicht das Trommelfell rausblasen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020